Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Irgendwie wird man da hin. Ich weiß auch nicht, warum. Weil manche haben es halt und manche nicht. Meinst du, wir sollen zu der Zucht Lazzine das Haus sein? Willst du wohl gut essen? Meine Herren, Friede und Heil. Wenn man gut essen kann, dann soll man gut essen. Und wenn man gut wohnen kann, dann soll man gut wohnen. Und wenn man Ferien machen kann, dann soll man Ferien machen. Und wenn man was haben will, dann soll man es haben. Es ist nicht gut, wenn Leute irgendwas entbehren müssen. Es ist scheiße. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich bin sicher in Friede und Heil. Ich bin sicher in Friede und Heil. Untertitelung des ZDF, 2020